Plötzlich spürte McFlyning wieder das wohlbekannte Gefühl in seinen Herzen. Nicht jetzt, dachte er sich, nicht jetzt und nicht Frau Mitchell. Joseph sah den Polizisten, der ihn verhörte, an. Sein Grinsen war noch nicht aus dem Gesicht gewischt. Im Gegenteil, es wurde sogar noch breiter. Alles in Ordnung mit Ihnen, schief Kommander McFlyning. Der sarkastische Ton in seiner Stimme war kaum zu überhören. Ja, antwortete dieser, alles klar, mir wurde nur bei dem Gestank, den Sie gerade verströmen, etwas schlecht. Mitchell wusste zwar, dass er stank, schließlich hatte er in den letzten Monaten ständig unter Brücken und in Mülltonnen geschlafen, weil seine Frau einfach nicht mehr die Bilder, die er malte, ertragen konnte. Aber er wusste auch, dass dies nicht den kurzen Zucker des alten Mannes verursacht hatte. Wissen Sie, begann Mitchell und endlich verschwand sein Grinsen aus dem Gesicht. Am besten haben mir immer die Gruppenfotos gefallen. Okay, am Anfang sind die anderen Kinderchen weggelaufen, wenn ich auch nur eines von ihnen kurz auch nur mal bisschen fotografiert hatte. Aber im Laufe der Monate habe ich mir das mit dem Klebeband einfallen lassen. Ich habe gesagt, los Kinderchen, wenn alle auf das Bild wollen, dann nehmt euch schön an die Hände. Dann habe ich das Klebeband genommen und die ineinander geschlossenen Händchen umwickelt. Im Normalfall wären spätestens fünf oder sechs Kinderchen weggelaufen, sobald ich auch nur das Klebeband herausgeholt hätte. Aber die Narzissten haben die festgehalten, die weglaufen wollten. Und die Mädels wollten eh an meinen Zuckerstangen lutschen, weswegen alle schön brav stehen geblieben sind. Dann habe ich gesagt, jetzt schaut alle schön in die Kamera. Und Achtung, gleich kommt das Vögelchen. Und Peng, habe ich einen nach der anderen schön gleichmäßig hintereinander fotografiert. Peng, Peng, Peng. Jetzt platzte McFlanning der Kragen. Sie verdammter Mistkerl, ich weiß, dass Sie wissen, dass Sie die Kinder nicht wirklich fotografiert haben. In Wirklichkeit hielten sie keine Kamera in den Händen, sondern eine Kaliber 5 Magnum. Und die Kinder warteten auch nicht auf das Vögelchen, sondern auf eine Kugel aus Blei, die ein geisteskranker Mörder ihn durch den Kopf jagt. Mr. Mitchell ließ sich von den aufbrausenden McFlanning jedoch nicht einschüchtern. Aber Schiefkommander McFlanning, da tun sie mir aber unrecht. Schließlich musste ich das doch tun, um meine Kunst auszuüben. Kunst, unterbrach ihn McFlanning. Kunst nennen sie das. Sie haben mit der Hirnmasse der Kinder überall auf Hauswänden und auf dem Asphalt kleine Häschen gemalt. Hätte uns Ihre Ex-Frau nicht den alles entscheidenden Tipp gegeben, würden Sie wohl heute noch kleine Kinder töten. Schafft mir den Kerl hier raus! Pete klopfte dreimal an die Tür des Verhörraums und zwei muskelbepackte Beamte kamen hinein. Sie nahmen Joseph Mitchell unter den Arm und legten ihm Handschellen an. Dann hieften sie ihm vom Stuhl und führten ihn zur Tür. Kurz bevor er durch die Tür buxiert wurde, drehte sich Mitchell noch einmal zu McFlanning um. Hey, McFlanning, wie hat deiner Tochter eigentlich das Porto gefallen, was ich von deiner Enkelin fotografiert habe? Nun wurde es für den alten Polizisten zu viel. Die Wut, die Verzweiflung und die Trauer bahnten sich einen Weg durch das Stahlbetongehäuse, was er um sein Herz gelegt hatte. Als sie zum Vorschein kamen, stürzte er auf Mitchell zu. Doch Pete konnte ihn festhalten, bevor er den Penner, der seiner süßen kleinen Susi das angetan hatte, den Kopf abgerissen hätte. Du verfluchter Wichser, sei froh, dass du jetzt in deine Gummizelle einquartiert wirst. Ich schwöre, ich würde dir sonst die Giftspritze persönlich in die Venen hauen. Doch die Antwort war nur ein langes, irres Kichern. McFlanning konnte es immer noch hören, als Mitchell schon längst nicht mehr da war. Und endlich, nach vier verdammten Monaten, konnte er über den Verlust seiner Enkelin und seiner Tochter, die sich deswegen von einem Dach eines vierstöckigen Hauses gestürzt hatte, mal schön ausholen. Und endlich, nach vierten, nach vierten.